Hallo, mein Name ist Oliver Pocher und ich habe Schweinegrippe. Und ich habe gerade mal Fieber gemessen, nachdem ich mein zweites Tamiflu genommen habe. Und ich sehe hier entspannte 39,9. So, meine Damen und Herren, es ist jetzt halb drei. Mein Fieber ist mittlerweile auf entspannte 40,1 gegangen. Deswegen gehe ich jetzt hier zum Arzt und kriege schön noch Infusionen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch alles passieren wird. Es wird ein lustiger Nachmittag werden. So, ich hänge jetzt hier am Tropf, kriege das ein oder andere an Flüssigkeit wieder rein. Und dann hoffe ich, dass es einem später besser geht. Und das Schöne ist, man hat einen Riesenkopf und gar keinen Bock, irgendetwas zu erzählen. So, ich war jetzt beim Arzt und mein Fieber ist mittlerweile runtergegangen von 40 auf 37,5 Grad. Trotzdem schwitze ich noch wie ein Schwein. Daher höchstwahrscheinlich auch der Begriff Schweinegrippe. So, meine Damen und Herren, auch ich habe heute Morgen mein Corona-Testergebnis bekommen. Und auch ich bin positiv auf Corona getestet. Das war mir eigentlich mehr oder weniger klar. Aber jetzt weiß ich es schwarz auf weiß. Und ja, das, wie gesagt, damit war zu rechnen. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Ich bin dementsprechend natürlich weiter in Quarantäne bis mindestens Anfang April. Und es geht mir im Großen und Ganzen gut. Ich habe so ein bisschen trockenen Husten. Und ansonsten aber keine großen körperlichen Schwächen oder Veränderungen oder irgendwas dergleichen. Ich wollte es nur mal auf dem Wege sagen und kann auf diese Weise auch nur noch mal appellieren. Bitte, bleibt einfach zu Hause. Ich meine, es ist wirklich doch nicht so schwer. Ja, noch vor Jahren oder Jahrzehnten mussten Leute für eine gute Sache kämpfen, indem sie irgendwie eine Waffe nehmen und in den Krieg gegangen sind oder irgendwas anderes. Heutzutage geht es nur darum, dass man mit dem Arsch einfach zu Hause sitzen bleibt. Und das war es. Und auch diese Argumentation, ich weiß gar nicht, was ich jetzt die ganze Zeit zu Hause machen soll. Ich meine, das hieß früher Hausarreste. Als man zu Hause geblieben und da hatte man nichts. Kein Gameboy, kein iPad, keine Playstation, keine 20 Fernsehsender. Wir hatten ARD, ZDF und das Nachmittagsprogramm ging erst um 14 Uhr los. Und dann waren wir mal froh, wenn Heidi gelaufen ist. Und auch für alle Spinner, die es jetzt immer noch nicht kapiert haben, die draußen rumlaufen, eine Grillparty machen, Corona oder irgendwas anderes. Es geht auch um euch, weil es ist eine gemeinschaftliche Sache, weil ihr belastet das Gesundheitssystem genau so. Das Gesundheitssystem ist momentan am absoluten Maximum. Und jeder, der jetzt noch irgendetwas hat und wenn es nur ein kleiner Bienenstrich ist, eine allergische Reaktion oder eine verstauchte Hand, kann momentan nicht behandelt werden, so wie er normalerweise behandelt wird. Und dann wird es halt ein Riesenproblem. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Und ich verstehe es einfach auch nicht, warum man nicht sofort diesen Shutdown macht. Denn es muss einfach, wenn es die Leute nicht kapieren, das ist wie mit kleinen Kindern, dann muss man es denen einfach so präsentieren. Denn mit jedem Tag, den wir jetzt früher damit anfangen, uns an Regeln zu halten, den haben wir später wieder Vorsprung. Ja, weil dann ist die Sache viel, viel schneller zu Ende, als uns das allen sowieso jetzt schon lieb ist. Und dann können wir vorher wieder anfangen, ganz normale Sachen zu machen. Also ich hoffe, ihr haltet euch dran, bleibt alle gesund und wir sehen uns natürlich hier zeitnah trotzdem wieder. Und keine Angst, ihr Influencer, ich mache weiter. Nur weil ich Corona habe, hört es nicht auf. Und ich weiß, bis vor einigen Wochen war noch vieles egal, aber mittlerweile ist vieles nicht mehr egal. Man muss sich an ein paar Regeln halten. Also ich hoffe, ihr macht es und bis demnächst. Bis demnächst.